Ich wollte mir sagen, keiner von euch hat meine Waffe? Ernsthaft, keiner von denen hat meine Waffe, ne? Mutation für meine Waffe, wenigstens. Nö. Okay, Flashgranaten bin ich hier fast nie. Nö. Keiner von denen hat meine Waffe. Hab ich die Waffe von denen weggekickt? Lol. Nö. Ja, ja, ich geh schon, ich geh schon. Also, ich soll jetzt den Kerl da erschießen, weil die soll ein Schinkriegen. Ja, ja, verpiss dich. Geil, oder? Im Sprung erschossen, ist das nicht geil? Die haben eine Waffe. Ja, reloading. So, la, 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 la. Schnell bevor die Munition ver... Tut mir leid. Alter. Ja. Sein Kopf ging sonst weg. Ja, ne, ne, ne! W League Waffe, nie, ne, ne! Nee, nee, ne, granville, net! Dann noch etwas tausendes 불� 아닙ischer. Schuh当然 aber als Pol�er controll燥. Ne, ne. wo ich diese exklusiven die exklusions ich weiß nicht wieso die da sind ja 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 ich hätte das nicht mal Sandgrab wieso wir haben noch egal ja ja so wie das so wie das hey da haben wenigstens Leute überlebt okay einerseits verstehe ich dass sie jetzt diese kacksoldaten nicht mehr sehen wollen ich meine ne die werden ja was von welchen exekutiert worden aber einerseits haben sie sie auch gerettet, also ein bisschen Dankbarkeit wäre jetzt auch, ne hab ich gesagt, ich kann ja auch verstehen, wenn die jetzt angepisst sind, einerseits aber ne, die haben ja wohl gemerkt, dass der sie irgendwie gerettet hat, egal naja so ist das, so ist das, ne ich finde, unser Setting ist richtig geil, oder? oh Gott, ey so okay 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 okay, das ist richtig dumm, wieso erschießen die, ähm wohl, naja ist ja schon die ganze Zeit so dumm mhm könnte Munition ah hier, das ist, äh, ich weiß nicht, ob viele von euch das jetzt gesehen haben bei Facebook, weil, ja wenn ihr es nicht liked oder kommentiert, dann, ne aber das ist ja so ein Screen davon gewesen, jetzt hier ist es ein Trap boah, da hinten diese Riesenbrücke nice ist mir gar nicht aufgefallen, erst jetzt Match zu sein werden die hier aufgebaut auch schon wieder ist ein DJ-Kerl da ist auch glaub ich ein Screen gewesen, ne Moment mal, müssten die Handschuhe nicht langsam ein Feuer fangen, oder sowas? hm 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 ok oh, i've reached the checker point oh, i've reached the checker point hm oh, f***d das hm 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 yeah hm 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 Ok, ich habe hier jetzt aufs Versehen an, aber hier normalerweise töte ich die immer früher, aber ich wollte mal zu Ende anhören, was die reden und falls ihr das jetzt mitgekriegt habt und auch Englisch könnt, es ist traurig. Also ich finde das echt traurig, weil es sind eigentlich normale Soldaten, wenn ihr jetzt richtig zugehört habt, die sich jetzt denken, die tun das Richtige und befolgen irgendwelche Befehle und gar nicht wissen, was dahinter steckt. Mancheinend kriegen die den einen da nicht getötet, ey. Meine Leute sind so nutzlos manchmal. Könnte ich mal auch nachladen. Ah, Kackfixer mit ihrer scheiße Schuhenpflanze. Soviel süß ist noch einer da. Obst, ist die Fiedmonition verschwendet? Wieso zur, obwohl das eigentlich schon eigentlich war, ist gar nicht mal so eine schlechte Saison Laufbahn hier hinzustellen und quasi dabei so schön rauszugucken. Sorry. Das ist irgendwie echt traurig. Ich meine, das ist ein richtig schöner Urlaubsort eigentlich, ne? Und dann passiert so eine Kacka und alles ist kaputt. Obwohl, naja, die Amis sind ja jetzt nicht direkt schuld an den Sandsturm. Ah, das würde so heißen, ich... Irgendwie mein Deutsch kaputt, Alter. Ah, ich trau dir nicht so viel zu mir, ich zu sein. Ich weiß nicht, wer da schreit. I'm reloading! Motherfucker! So, lauf. So, ich hoffe mal, das reicht. Oh fuck, ich habe nur noch vier Schuss. Ah, das ist schade. Was, der war sich am Quälen. Meine Güte, ich habe ihm ein bisschen geholfen. Äh, boah, ey, das ist so schade. Was für ein geiler Ort das ist. Ich würde gerne wissen, ob so was Krasses schon öfters in Dubai passiert. Oder eher, also, wie gesagt, Sandsturm kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, was mal passiert. Ich meine, die Wüste ist dabei und so. Tango in the open, try to be a hero. Heads up! Tango, try to move! Rrrr. Reloading, cover me! Habe ich in die Mütze vom Kopf geschossen? Geil. Ich wollte ihn töten, aber ich habe ihn in die Mütze vom Kopf geschossen. Coole Sache. Naja, bis auf, dass wir hier Leute töten. Pff, jetzt ist der gestorben. Wollte ja vorher noch Martex machen. So, da ist auch nur Pumpgun, aber die will ich nicht. Ich will keine Pumpgun. Äh, Stück Fleisch. Fußball, Soldatenfußball. Äh, und Mason macht ein Tor. Nein, oh schade. Äh, das ist zu kacke. Äh, haben nix, haben nix. Okay, hier war noch irgendwas am liegen, weiß ich noch. Was? Äh, weiß ich nicht mehr. Irgendwas liegt da da auf jeden Fall. Danke fürs Hängen, Fraps. Äh, jeder Stück Fleisch, äh. Guck, dann, vielleicht kannst du es irgendwo reinkicken. Hey! Spring da drüber. Willst du wohl nicht, ja, ist ein bisschen hoch. Schauen. Fleischkloßfußball, äh. Ah, ich kann es da runter schießen. Wo ist es denn jetzt hin? Nein, wo ist es hin? Ach da. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen, naja. Nee, wir sind schon krank, aber. Meine Güte, Fleischkloßfußball. So. Jetzt da entlang. Fleischkloßfußball, hab ich gesagt. Da entlang. Da entlang. Tor! Tor! Ja, das war sehr, sehr respektlos. Egal. Weiter runter. Hui. Okay, wie ist es der hier tot? Ich will das mit dem Ding da haben. Wie viele Sniper haben die denn? Das war's aber leider nicht wert. Entschuldigung, wenn ich ohne Sniper die Leute genauso gut treffe. Das wird nicht traurig. Wie viele Sniper sind. Vielen Dank.